Das ist der ehemalige Flughafen Tempelhof. Der wurde vielleicht vor zwei, drei Jahren geschlossen. Und jetzt ist ein riesiges Areal frei. Und die Natur setzt sich durch. Und die Menschen wollen auch an die frische Luft. Und so kann dann so ein Projekt entstehen. Ich bin in Tempelhof geboren. Und der Flughafen ist selber bekannt nach dem Krieg, als Berlin eingemauert war. Also eigentlich vor der Mauer noch. Als es dann mit der Versorgung schwierig war, entstand diese Luftbrücke, um Berlin zu versorgen. Und für mich ist das mehr das als der Flugbetrieb, der danach stattgefunden hat. Ich gehe zuweilen sehr und schwanger. Auf einen Blumen Iwana. Es gibt eine Initiative, das Almende-Kontor. Und die haben das initiiert, dass hier die Gärten, diese kleinen Gartenbeete hier überall entstehen. Und das kamen auch mit mir. Mein Vater. Was sagst du dazu? Mein Vater. Was sagst du dazu? Wir haben einen kleinen Gartenzwerg da oben. Und Jungfrau kamen, wunderbar, geschmeide scheidegelb im Haar mit schlank gestielten Lele. Verehrte Herren, verehrte Damen, die um mich hören herzukamen, dies widmet der Gesangverein. Da in der Ecke war eine Erdbeere. Hier gibt es Aubergine. Der Sitzplatz, genau. Der Kakegai und Papadou, die sahen auch dabei dazu und kamen aus Brasilien.